Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Format auf Robocoon TV. Es freut mich, dass ihr dabei seid bei schöner Stoß mit mir. Heute für die erste Folge im Jahr 2021 gebe ich euch ein ganz besonderes Gimmick mit, in meinen Augen. Und zwar gebe ich euch meine persönliche Top Ten Liste der tollsten Videospiele aller Zeiten. Ich möchte nicht sagen die Besten, ich möchte auch nicht sagen die Allergeilsten, sondern es sind Spiele, die mich am meisten berührt haben. Und so hat doch jeder von uns eine persönliche Top Ten Liste. Anfangen möchte ich aber mit einem Schnelldurchlauf der bestverkauftesten Spiele der Welt. Und diese Top Ten Liste, die auf Fakten basiert, Verkaufszahlen sind Fakten, hat mich persönlich sehr überrascht. Da haben Spiele gefehlt, wo ich eigentlich dachte, das war doch erfolgreich. Und da waren Spiele enthalten, wo ich dachte, warum? Hier ist die Liste im Schnelldurchlauf. Platz Nummer 10 geht an Red Dead Redemption 2 mit circa 34 Millionen verkauften Exemplaren. Ich hätte gedacht, es wären um die 100 Millionen gewesen, weil der Hype um das Spiel war schon recht groß. Platz Nummer 9 Mario Kart für die Wii. Nicht für die Wii U, nicht für die Switch, sondern für die Wii. Mit ca. 37 Millionen 380.000 verkauften Exemplaren. Auf Platz Nummer 8 Mario Kart 8 Deluxe. Die Leute fahren gern Mario Kart. Mit 37 Millionen 440.000 Exemplaren. Auf Platz Nummer 7 Super Mario Brothers. Und zwar nicht für die Switch und nicht für die Nintendo 64 und sonstiges, sondern für den NES. Unglaublich seit Jahrzehnten. 40 Millionen 240.000 verkaufte Exemplare. Ich war richtig überrascht, das zu sehen. Auf Platz Nummer 6 ein Spiel, das ich selber noch nie gespielt habe. Vielleicht kann mir jemand in den Kommentaren sagen, ob das ein wohlverdienter Platz 6 ist. Mit 50 Millionen verkauften Exemplaren Overwatch. Never played it. I have no idea. Ich kann nichts dazu sagen. Auf Platz Nummer 5 Player Announce Battlegrounds. Mit ca. 70 Millionen verkauften Exemplaren. Platz Nummer 4 hat mich vom Hocker gehauen, Leute. Vom Hocker gehauen. Mit 82 Millionen 900.000 verkauften Exemplaren. Wii Sports. Ja, Mann. Die Leute wollen fit sein von zu Hause aus. Alter Schwede. 100 Millionen Leute haben sich das fast gekauft. Naja, ich runde ein bisschen auf. Auf Platz Nummer 3. Die Top 3 starten wir mit A Ground Seat Auto 5. Mit ca. 135 Millionen verkauften Exemplaren. Platz Nummer 2. Minecraft. Ganz richtig. Minecraft mit knapp 200 Millionen verkauften Exemplaren. Und Platz Nummer 1. Ich weiß nicht, wie man eine Trommel nachmacht. Kann das jemand? Also Platz Nummer 1 geht an ein wunderbares Spiel. Tetris. Geil, oder? Und zwar in all ihren Formen. 495 verkaufte, Entschuldigung, Millionen. 495 Millionen verkaufte, also eine halbe Milliarde ungefähr, verkaufte Exemplare von Tetris seit Beginn an bis heute. Ich glaube, Tetris wird noch einige Zeit das erfolgreichste Spiel der Welt bleiben. Aber darum geht es hier jetzt nicht. Es geht um meine Top 10. Ich werde euch voll labern mit meiner Top 10. Basierend auf Erlebnissen und auf Gefühlen und auch auf dem, was diese Spiele mir befürcht haben, ist diese Top 10 Liste entstanden. Mein Platz Nummer 10 geht an Spyro the Dragon. Ganz recht. Der kleine Drache Spyro hat uns bereits auf der Playstation 1 begeistert. Er war eckig und er war hässlich. Die Welt war scheiße. Sind wir mal ehrlich. Aber das Remake, das Remake, meine lieben Freunde, das seit 1998 einige Verbesserungen aufweist, das hat mich begeistert. Ich fand das so putzig und ich habe so viele Stunden damit verbracht, weil es einfach so ein kleines Mindless Game ist. Es ist einfach, man kann sich hinsetzen, kann das spielen und es macht Spaß. Der Drache ist süß, man sammelt Diamanten, man befreit die Drachen, man sammelt Eier, man besiegt kleine Bosse. Ich finde Spyro ganz toll gelungen. Ich mag das Spiel. Ich finde es putzig und süß und man kann es auch mal den Neffen oder die Nichte spielen lassen. Spyro the Dragon ist daher auch bei mir auf Platz 10, weil ich unverschämterweise glaube ich knapp 200 Stunden nur für dieses Spiel verbraucht habe. Auf Platz Nummer 9 ist bei mir ein besonderes Franchise, das meine Kindheit sowie auch viele Jahre meines Erwachsenenalters gefüllt hat. Harvest Moon. Harvest Moon kam zum ersten Mal im Jahre 1996 auf der Super Nintendo heraus. Damals war die Story recht billig, wenn man das vom Stand heute betrachtet und zwar hatte man knapp vier Jahre Zeit, die heruntergekommene Farm vom Vater in eine lukrative und erfolgreiche Farm zu verwandeln. Man konnte heiraten, musste sogar, das war notwendig für den Erfolg, ein Baby bekommen und man musste zwölf Hühner sowie zwölf Pühe kaufen oder sie reproduzieren lassen. Man musste verschiedene Feldfrüchte im Sommer, Herbst, Quatsch, Sommer, was kommt zuerst? Frühling, Sommer, Herbst anbauen. Im Winter konnte man nicht so viel tun, das war ein bisschen langweilig und es gab auch so kleine Stadtfeste, es war super süß. Aber um was es jetzt eigentlich geht, sind die Remakes. Wer hätte gedacht, dass das Harvest Moon Franchise mit so einem schlechten Start fast 25 Jahre später immer noch erfolgreich ist und zwar heißt das aktuelle Remake Story of Seasons Friends of Mineral Town ist erhältlich auf der Nintendo Switch. Man hat eine unbegrenzte Anzahl an Jahren, in der man die Farm des Opas übernimmt. Man kann verschiedene Tiere haben. Neben Kühen und Hühnern kann man auch ein Alpaka haben und ein Kaninchen. Man kann Haustiere haben, Hund, Katze, Pinguin und ein Wasserschwein. Man kann verschiedene Sachen anbauen. In meinen Augen kann man da sehr, sehr viel Zeit dafür aufwenden. Natürlich kann man auch heiraten und ein Kind bekommen. Die Story an sich ist unverändert geblieben. Sie wurde nur besser ausgebaut. Dafür bin ich Marvel ist sehr dankbar und Harvest Moon ist bei mir auf Platz 9. Weiter machen wir mit dem Platz 8 und zwar ein Spiel, das jedem bekannt ist und ich möchte meinen, dass auch jeder gespielt hat. The Sims. The Sims wird 20 Jahre alt. Seit bereits 20 Jahren, im Jahr 2000 ist es das erste Mal erschienen, begeistert uns Sims. Ja, wer hat dieses digitale Leben nicht gerne gespielt? Hat sein Sim angezündet, verhungern lassen, im Pool ertränkt. Das kommt nun mal dabei raus, wenn man Menschen zu viel Macht gibt. Was soll man sonst machen? Meine Sims haben dank dem Motherload-Cheat niemals gearbeitet. Nie. Ich habe einen Bombenhaus hingestellt. Manchmal drei, vier Stockwerke. Ich habe denen alles gekauft, was man kaufen kann. Von Bowlingbahn bis zu den Pools, bis zu den Autos, alles. Die ganzen Add-ons fand ich super, so wie die Tiere und die verschiedenen Berufe, die habe ich einfach mal nur gemacht. Die mussten bei mir gar nicht arbeiten, aber das soll sie den ganzen Tag so tun. The Sims war toll. Es war super, um über Beziehungen hinweg zu kommen. Man hat einen Sims erstellt im Bilde seines Ex-Freundes und hat den einfach mal von einem Kometen treffen lassen. Sims macht Spaß und das seit über 20 Jahren. Daher The Sims auf Platz 8 meiner persönlichen Top 10 Liste. Auf Platz Nummer 7. The Witcher The Wild Hunt ist bei mir auf Platz Nummer 7. Ich kenne The Witcher schon von den Büchern, denn Gerald begegnete uns nicht zum ersten Mal als digitale Videospielfigur, sondern in den Büchern von Andrzej Sapkowski, ein polnischer Fantasy-Story-Writer, ein Autor. Die Bücher sind schon sehr, sehr alt. Zum ersten Mal kamen sie in deutschsprachig im Jahr 1998 raus, bis es dann Neuauflagen im Jahr 2007 und 2008 gab. Dann wurden Computerspiel-Entwickler darauf aufmerksam und dachten sich, da kann man eine tolle Story draus machen. Sapkowski selber hält nicht viel von den Videospielen. Er hat zwar seine Erlaubnis gegeben, natürlich er verdient daran gilt, dass aus Geralt ein Videospiel gemacht wird, aber er ist kein Fan davon. Genauso wenig bzw. eher negativ äußert er sich über die Witcher-Serie auf Netflix, denn Sapkowski sagt, mit seinen 72 Jahren sei er so weit von moderner Technik entfernt, dass er nichts dazu sagen möchte bzw. könne. Auch ist er ein Fan des geschriebenen Wortes und der Fantasie des Menschen möchte das weiter fördern und in seinen Augen würden Videospiele sowie auch Fernsehserien und Kinofilme die Fantasie des Menschen zerstören, weil sie ihm ein vorgegebenes Bild geben und der Leser hatte aber ein ganz anderes Bild im Kopf. Wie auch immer, Sapkowski ist davon kein Fan. Ich schon, ein wohlverdienter Platz 7 Wild Hunt auf Platz 7 meiner Top 10 Liste. Platz 6 ist ein Franchise, das bereits sehr sehr alt ist. Es ist sogar älter als ich. Das erste Mal begegnete er uns im Jahr 1981 und von wem rede ich? Ich rede von dem berühmten Affen mit Krawatte, Donkey Kong. Donkey Kong ist eigentlich, finde ich, müsste in jeder Top 10 Liste enthalten sein, denn Donkey Kong ist zahlenmäßig zwar nicht sonderlich erfolgreich, aber es ist Kult. Donkey Kong begegnete uns wie gesagt im Jahr 1981 zum allerersten Mal, aber nicht als Held, sondern als Bösewicht. Unter Rare erfolgte im Jahre 1994 ein Remake dieses Affen und wir bekamen Donkey Kong Country. Donkey Kong Country war der Grundlegende oder der Grundstein für Donkey Kong Country 2 und 3, die wesentlich erfolgreicher waren als Donkey Kong Country. Dieses Spiel ist einfach Kult. Es macht Spaß, man kann Stunden damit verwenden. Es ist auch verfügbar auf der Switch, wenn man die Nintendo Online Mitgliedschaft hat, dann kann man es kostenlos spielen. Ich finde das Bombe. Donkey Kong, das ganze Franchise auf Platz 6 auf meiner persönlichen Top 10 Liste. Wir machen weiter mit Platz 5. Der wunderbare, wunderschöne, unglaublich attraktive, sympathische Nathan Drake. Nathan Drake, der Dieb der Schatzsucher, der das ultimative Gegenpol zu Lara Croft entwickelt von Naughty Dog. Naughty Dog hat schon ein bisschen was drauf, muss man schon sagen. Nathan Drakes Geschichte zählt heuer fünf Teile, während der fünfte Teil nicht wirklich von ihm selbst handelt, sondern es geht um Nadine und Chloe Frasier. Chloe Frasier taucht in drei Teilen auf. Genau. Also im zweiten Teil, im dritten Teil und im fünften Teil. Im vierten Teil taucht Chloe nicht auf. Ich bin der Meinung, dass Nathan Drake sich seit der ersten Begegnung im Jahr 2007 mit Sully, als er auf der Suche nach Eldorado war, unglaublich gesteigert hat. Der erste Teil, wir sind ehrlich, er war nicht sonderlich toll. Der erste Teil war bockig und klobig und es war nicht schön und er war diese blöde, riesige Gürtelschnalle und es war doof. Aber Drake ist Drake. Er hat einen Charakter und er hat etwas getan und hat etwas von Herzen gemacht, sind wir mal ehrlich. Die darauffolgenden Teile Among Thieves, der zweite Teil, sowie Drake's Deception, der dritte Teil und der absolute Burner Uncharted 4 mit Thieves End. Runden Drakes Geschichte so toll ab. Ich bin richtig begeistert, was Naughty Dog da gemacht hat. Ich bin schwer traurig, ich bin beleidigt, ich bin entrüstet, dass es einfach kein neues Uncharted Videospiel gibt, sondern dass sie jetzt Filme machen, die sie sowieso wieder verhunzen werden. Wir nähern uns den Top 3, doch wir sind noch bei der Top 4, beziehungsweise auch beim vierten Platz. Und wenn ich von Nathan Drake spreche, dann ist natürlich Tomb Raider nicht so weit weg. Lara Croft. Natürlich hat Lara Croft eine weitaus längere Geschichte als Nathan Drake. Gibt es ihn erst seit 2007, begleitet uns Lara Croft bereits und seit den 90er Jahren. Damals mit eckigen Brüsten und ganz knappen Shorts und einem kleinen Rucksack, der unglaublich viel halten konnte. Ähm, Side Note zu den eckigen Brüsten. Der Entwickler Eidos Interactive hat in einem Interview mal gesagt, dass die großen Brüste ein Programmierfehler waren. Aber die 90er waren ja damals ein bisschen prüde. Nichtsdestotrotz, es war der grundlegende Stein. Es war der Vorläufer zu dem, was wir heute haben. Das Remake von Tomb Raider, das 2013 zum ersten Mal erschienen ist. Unsere Lara in Yamatai auf einer gestrandeten, verfluchten Insel mit einem neuen Aussehen. Wunderbar, wunderbar gemacht. Aber mit der gleichen Art. Ne, gleiche Art ist eigentlich falsch. Es ist eine neue Lara Croft. Sie ist toller, sie ist realistischer, sie ist sympathischer. Unsere Lara Croft, die neue, ist super. Sie hat uns gebracht von Yamatai nach Sibirien bis hin zum dritten Teil bei den Inkas in Südamerika. Ich bin hellauf begeistert von den drei Teilen. Es ist keine Rede von einem vierten Teil, was ich absolut nicht verstehen kann. Wieso verhunzt man sich selbst die Verkaufszahlen? Ich verstehe es nicht. Macht einen weiteren Teil, macht doch zehn weitere Teile. Wir wollen Lara Croft. Lara Croft, das ganze Franchise auf Platz Nummer vier meiner persönlichen Top Ten Liste. Platz Nummer drei, Pokémon. Die Pokémon-Serie begegnete uns im Jahr 1996 zum ersten Mal mit Rot und Blau. Wer hätte gedacht, dass dieses schwarz-weiße Spiel das wirklich nicht bahnbrechend war. Weitere 25 Jahre später noch erhalten bleibt und so sehr begeistert. Es gibt alles. Es gibt Kuscheltiere, Karten, Mangas, eine TV-Serie, Filme. Was gibt es nicht von Pokémon? Daher macht dieses Franchise auch 100 Milliarden Umsatz in Jahre so. Das ist der springende Punkt. Es gibt ein Remake bzw. eine achte Generation, mittlerweile 898 Pokémon im nationalen Pokédex. Pokémon Schwert und Schild für die Nintendo Switch. Ich persönlich bin einfach nur froh, dass es ein Spiel gibt für eine große Konsole und nicht einfach nur für ein Gameboy oder Nintendo DS oder sonstiges. Es gibt ein Pokémon-Spiel für eine große Konsole. Es gibt zwei DLCs für dieses Spiel. Ja, hätte die Pokémon Company und Game Freak mehr daraus machen können und sollen. Ja, absolut. Darüber brauchen wir uns gar nicht streiten. Die haben 100 Milliarden pro Jahr verdient. Steckt einfach mal eine Milliarde in diese Entwicklungszeit von dem Spiel. Gebt uns eine hammergeile Location. Gebt uns Surroundings, die uns umhauen. Gebt uns eine schwierigere Story. Lasst uns nicht einfach Champion werden. Also man fängt das Spiel an und das Spiel ist darauf ausgebaut, man wird Champion. Lasst mich ein bisschen hustlen. Ja, dennoch hat es mir unglaublich Freude gemacht. Ich habe auf der Switch unglaubliche 780 Stunden mit Pokémon Schwert und Schild verbracht, um Pokémon zu fangen, auf Level 100 zu trainieren, Shiny Hunting, Breeding, alles Mögliche. Ich liebe dieses Spiel. Gibt es Verbesserungen? Ja, mein Hund ist da. Gibt es aber auch Lobgesänge? Finde ich auch. Man muss nicht unbedingt alles sofort schlecht machen. Ich bin froh, dass wir ein Pokémon Teil haben für eine große Konsole. Daher The Pokémon Franchise auf Platz Nummer 3 in meiner persönlichen Top 10 Liste. Wir kommen zum Platz 2. Assassin's Creed. Assassin's Creed ist bei mir auf Platz 2, weil es mein... Ich möchte nicht sagen, absolut Lieblings Franchise ist es. Es ist eines meiner absolut Lieblings Franchise. Und ich träume davon, einen Assassinen zu daten. So unrealistisch dieser Traum auch ist, ich glaube daran. Wir müssen zugeben, jetzt müssen die Assassin's Creed-Hasser auch mal ein bisschen ehrlich sein. Von Alter Ihr bis Ivor. AC hat sich gesteigert. Immer, 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 immer wieder. Von Alter Ihr bis hin zu Ezio Auditore, zu Connor und Edward Kenway. Dann hinüber zu den Freize-Willingen. Vorher noch Arno in Paris. Dann waren wir bei Bayek in Siwa in Ägypten. Und dann waren wir bei Alexios und Cassandra im antiken Griechenland. Dieses Spiel ist Bombe, bis wir dann bei Ivar, den Wikinger, angekommen sind. Ich finde es Hammer. Odyssee hat mich absolut begeistert. Ich habe nie als Cassandra gespielt, weil ich ein bisschen verliebt bin in Alexios. Ich finde es absolut überwältigend. Assassin's Creed finde ich eines der allerbesten Franchise der Welt. Daher auf meinem persönlichen Platz 2. Auf Platz 1 meiner persönlichen Top 10 Liste der besten Spiele aller Zeiten. The Legend of Zelda. Nun, The Legend of Zelda ist ja nicht etwa nur 10 Jahre alt, sondern 35 Jahre. Zugegebenermaßen habe ich ein bisschen Albträume gehabt, als ich damals mit... Ich war glaube ich 8 oder 9, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich habe ein bisschen Albträume gehabt nach dem Schildkrönenfelschen. Nichtsdestotrotz, Zelda wurde immer wieder weiter entwickelt. Als 3D-Aventeuer begegnete uns The Legend of Zelda das erste Mal auf dem Nintendo 64 mit Ocarina of Time. Mega Teil. Mega, mega, mega. Wenn ich jetzt Aufnahmen sehe, wie das Spiel war, es war eckig, es war nicht sonderlich grafisch, fortgeschritten. Aber es hat mich gefesselt. Erinnert ihr euch an den Schattentempel? Ich hatte Angst. Mega geil gemacht. Danach der Nachfolge Majora's Mask. Wahnsinnig gut gemacht. Es war zwar nervig, immer wieder die Zeit zurückdrehen zu müssen, aber es hat Spaß gemacht. Dann begegnete uns auf dem Gamecube A Legend of Zelda The Wind Waker. Ein sehr außergewöhnlicher Teil, der mich aber auch gefesselt hat. Und da hatte man auf der Karte diese kleinen Vierecke, die man dann erforschen musste. Es war wundervoll. Ich habe es geliebt. Auf der Wii und der Wii U dann Twilight Princess und Skyward Sword. Wer hat es nicht geliebt? Also ganz ehrlich, die Zelda hat eine Timeline. Und ich sage jetzt mal so, nur eingefleischte Fans wissen, wie, wo, wann, was passiert. Wer ist der Vorreiter und wer nicht? Was wir aber jetzt aktuell haben auf der Switch. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ein Wahnsinnsspiel. Open World. Keine festgelegten Reihenfolge von den Quests. Es gibt keine Dungeons im Sinne von dem, was wir davor kannten. A Legend of Zelda Breath of the Wild. So wie es klingt, so ist es. Man kann bis zu fünf Pferden haben. Man hat Rüstungen ohne Ende. Waffen ohne Ende. Tolle Gegner. Tolle Story. 120 Schreine. 90 Nebenaufgaben. Eine super Grafik. Ich mag diese Comic-Glanz-Grafik. Finde ich Bombe. Das Spiel ist nicht so gemacht, dass man das zack, zack, zack schnell durchspielt. Sondern es ist darauf ausgelegt, viel Zeit damit zu verbringen. 900 Crocs zu sammeln, ist vielleicht ein Witz gewesen von den Entwicklern. Denn im Nachfolgenden, es ist kein wirklicher Nachfolger. Es ist auch keine Erweiterung. Es ist ein eigenes, ständiges Spiel, das auf der Story basiert. Hyrule Warriors, Age of Calamity. Ebenso. Fantastisch. Mega. Die Leute, die Heroes haben Moves. Wahnsinn. Ich spiele gern mit allen. Mit Mipha, mit Urbosa. Ich mag sie alle. Wahnsinns-Moves. Nicht nur Link ist ein Held, sondern auch die anderen. So viele Channels und Videos es auch gibt, die The Legend of Zelda Breath of the Wild auseinander nehmen und nur sagen, wie blöd ist das und wie blöd ist das. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Ich finde es unglaublich toll. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie begeistert ich war, als ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Das einzige, das ich anmerken möchte, ist, warum verliert das Master Schwert seine Kraft? Es ist das freaking Master Schwert. Es sollte niemals seine Kraft verlieren. Es sollte eigentlich, je länger man es benutzt, stärker werden. Wie ein Pokémon. Als könnte man das Schwert trainieren. Aber das ist das einzige, was ich anzumeckern hätte. Sonst finde ich es Bombe. Daher The Legend of Zelda, das ganze Franchise, alle 35 Jahre komplett mit allen Nebenerscheinungen und Spin-Offs auf Platz 1 meiner persönlichen Liste. Ich möchte euch noch einen Ausblick geben. Es gibt Breath of the Wild 2. Das Gerede ist groß. Breath of the Wild war so erfolgreich, dass es einen zweiten Teil geben wird. Wie dieser heißt, das weiß man nicht. Es kursieren Gerüchte, dass es tatsächlich einfach Breath of the Wild 2 heißt. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Es gibt bestimmt noch einen Nebentitel. So endet meine Top-10-Liste, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Stimmt ihr mir zu? Stimmt ihr dagegen? Wie sieht eure Top-10-Liste aus? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf dieses neue Jahr mit euch. Hinterlasst ein Like. Vergesst nicht die Glocke anzudrücken, damit ihr informiert werdet über neue Videos. Abonniert. Bleibt uns erhalten. Lasst uns zusammen wachsen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.